Im letzten Video zu GIMP Teil 3 ist es mir mal wieder passiert, Belichtung und Helligkeit verwechselt. Konkret geht es um Belichtung und Helligkeit bei der Bildbearbeitung. Wenn ich jetzt hier unter Farben mal auf Helligkeit, Kontrast gehe, dann beobachte bitte hier auch das Histogramm. Das Histogramm zeigt ja links die dunklen Flächen und rechts die hellen. Wenn ich jetzt die Helligkeit hier einfach verschiebe, dann siehst du, das Histogramm bleibt ungefähr gleich groß, nicht ganz richtig und das ganze Bild wird gleichmäßig heller. Du siehst jetzt, ich habe es relativ stark übertrieben und das Bild wirkt dann flau. Aber die Zeichnung hier in den Wolken, die bleibt erhalten. Wenn ich dagegen den Regler Belichtung nehme, dann ahmt es quasi die Belichtung beim Fotografieren nach, als hättest du quasi mehr Licht hereingelassen. Belichtung, Exposure, das ist hier englisch bezeichnet. Wenn ich jetzt hier aufdrehe, dann siehst du, das Histogramm auch kleiner. Und wenn ich es jetzt hier übertreibe, dann verschwindet Zeichnung. Das ist auch das, weshalb man eigentlich lieber unterbelichten, statt überbelichten, damit wir beim Nachbearbeitung auch noch Zeichnung drin haben. Und was braucht man jetzt also bei der Bildbearbeitung selber? Aber wenn ich das hier als Ausgangsbild habe, dann würde ich jetzt hier tatsächlich vielleicht ein bisschen Belichtung aufdrehen, aber nur sehr, sehr sanft. Ich würde jetzt auf keinen Fall versuchen, sodass überall noch Zeichnung bleibt, ich würde auf keinen Fall versuchen, hier vorne so weit aufzudrehen, dass hier vorne das schön grün wird, sondern den Bereich hier vorne, den würde ich jetzt über die Schatten, das ist nochmal was anderes, also nur über die Helligkeit in den Schatten ein bisschen erhöhen. Siehst du jetzt nur das, was dunkel ist, heller. Insgesamt die Helligkeit ist so eigentlich, wenn man jetzt schaut, ein ideales Histogramm, da werden die Helligkeitswerte ja so als Bauch verteilt, ist jetzt nicht ideal, aber ganz okay. Man könnte jetzt hier noch versuchen, über Farben, Helligkeit, Kontrast, ein bisschen dezent mehr das Ganze heller zu machen. So haben wir ein einigermaßen schönes Bild. Und wichtig eben, Belichtung ist, das ist mehr Licht auf dem Sensor und Helligkeit ist eigentlich so ein gleichmäßiges Verteilen von helleren oder dunklen Werten auf das ganze Bild. Schau dir am besten auch das nächste Video an, was schon angezeigt wird. Wir sehen uns hoffentlich dort. Mach's gut, bleib gesund. Ciao.